Corn-Dog? Ja, das war eindeutig ein Corn-Dog. Äh, äh, Gott. Weiß ich noch nicht, wie das gemalt wird. Jetzt kommt's. Keine Ahnung, wie das gemalt wird. Gib dir Mühe, du kannst das. Krieg ich noch mehr? Ich muss manchmal mal googeln, wie das gemalt wird. Das ist das nicht. Also. Also es ist eine Blume, das kann ich erkennen. Soll es eine bestimmte Blume sein? Ich gucke gerade. Das kann zum Beispiel die Sonnenblume sein. Oder die Blä... die Blöter, genau. Oder die Bläter, aber wenn du so... Ähm, ähm... Mit dem I. Die Blüten sehen irgendwie so aus. Ähm... Das ist das nicht, ne? Nee. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man sowas schreibt, aber egal. Eine Orchidee. Natürlich ist es eine Orchidee. Ich hatte ein Wort. Bob. Okay. Wie, wie, wie malt man Bob? Okay. Ähm... Der Hintergrund hat jetzt nichts zu sagen. Man muss nur sehen, was ich da zeichne. Ich kann natürlich sehr schöne, gerade Linien zeichnen, merke ich. Ich bin dran. So. So. Ha ha ha. Hey. Minecraft. Give it never. Das ist eindeutig eine Birke. Dass du da so schnell drauf gekommen bist, ich wollte gerne noch die schwarzen Linien am Stamm reinzeichnen. Pass auf, noch nicht, ja? Noch nicht. Oh, und dann, ähm. Was? Hä? Keine Ahnung. Also Looping ist es nicht. Oder es wird anders geschrieben, das kann auch so sein. Und dann machen wir das hier nochmal so längs. Hä? Das ist doch eigentlich ein Looping! Ähm, nee, kein Looping. Ähm. Wartiere. Das kommt natürlich weg hier. Hab, na, ja. Ah. Schiho, los. Es sieht aus einer Achterbahn, aber die... Nein. Da passen... Die Buchstaben passen einfach nicht zu allem, was ich im Kopf habe. Hä? Ein Knoten... Wo ist das? Ein Knoten, Alter. Okay. Irgendwie immer so leichte Würde, hab ich das Gefühl. Leichte Würde. Ähm... 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 Jo. 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 Das war's. Jo. Hm, klar. Ähm... Jo. Das war's. Hm, klar. Ich hab's keine Ahnung. Was ist denn das? Es kann auch sein, dass das... Äh, hier oben... Englisch oder Deutsch? Naja, es ist beides gleich. Okay. Es ist... Da ist ein F. Warum ist das ein Elf? Warum? Danke. Ich wollte schon sagen, hä? Orange Flüssigkeit in einer Scheißflasche mit einem Elf drauf. Lita, ist klar. Pass auf, das kannst du. Das kann ich? Das kannst du und das kennst du und ich glaube das ist jetzt eigentlich schon. Hey! Das ist ein Tisch. Danke, dass du mit mir jetzt das so traust. Okay, mach ich mal so. Tüte. Ich kann eigentlich nicht gerade zeigen, denn heute, das ist echt wögerlich. Tüe. Ich bin so gut. Ohne viel. Was wird er uns als nächstes zeigen? Tateos den Tag. Tateos den Tage, sauber. Nee. Bei Tateos den Tag gekriegt, haben wir das nicht richtig hinzuschreiben. Was? 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 Was warst du da? ja fast fast das könnte jetzt sehr schnell gehen oder aber du kommst nie drauf ach man ich hab mir erst mal zeit gelassen mit dem schwanz das ist so gut gemalt das müsstest du jetzt eigentlich eigentlich wissen sofort dafür ist es glaube ich zu lang ne ja fertig da ist ein spart in kein normales schaufel auf wie konnte ich das nicht sehen genau barry obama also das hätte ich bestimmt gleich von annie erraten so das ist fies warte wie sieht das nun mal genau aus ja das ist natürlich mein fehler gewesen ähm so gib mir ein buchstabe los so ähm 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 so ach scheiße und das ganze ah so jetzt hab grad angefangen mein iphone in했다 mal Ja, klar, wenn man so nachdenkt. Vor allem war das von Anfang an Apfel geschrieben. Ah, so gut. Vor allem die Geräusche. Hey, gut. Ja, ich bin halt ein Genie. Okay. Was ist nicht über mich lustig? Das war ein 20-jähriger Kuh. Nein. Ja. Ich habe mich besiegt.